Ja, Hocknob noch ein ganz kleines bisschen. Hatschi! Triff deine Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh. Für Doug und sein Freund Hocknob ist das Leben ein Riesenspaß. Schnappt euch einen Speer. Oh, der piekst. Tagsüber auf die Jagd und abends auf die Party. Bis sich alles ändert. Die Steinzeit ist Geschichte, auch lebe die Brosse sein. Wie bekommen wir unser Tal zurück? Von den Machern von Wallace & Gromit und Sean das Schaf. So soll das Spiel beginnen. Ein Höllenmensch? Ein Höllenmensch? Wir fordern euch heraus. Wenn wir gewinnen, bekommen wir unser Tal zurück. Abführen und töten. Ganz langsam. Idiote. Ganz schön mutig, Höllenmensch. Und um. Du wartest hier. Ich will kein Aufsehen erregen. Eigentlich eher dumm als mutig. Danke. Gemeinsam sind wir stark und können sie besiegen. Freut mich an Bord zu sein. Spielen. Wir. Fußball. Perfetto. Und wie machen wir das? Mein Knie. Es tut so weh. Early Man. Steinzeit bereits. Was in alle Welt ist denn heute eh nicht gefahren, Stefano? Ja, ätle Herr. Demnächst im Kino.